Ich glaube, das könnte das Waffendepot sein, oder? Sieht zumindest so aus. Und hier sind ja auch Bullen, die zusammenarbeiten. Mit den Bösewichten. Das rastet doch hier aber aus, der Batman. Und, baff, 21er Kombo. Jawohl, guckt mal, ich das hier an. Was ist das? Meistergesetzeshüter, das ist doch bestimmt hier das Depot, nicht wahr? Das müssen wir doch knacken, wahrscheinlich. Oder was müssen wir hiermit machen? Wo sind wir eigentlich? Moment, ich muss mal gucken. Doch, das muss das Depot hier sein. Kryptografische Sequenzer scheint hier nicht zu helfen. Ich mache einfach mal so eine Explosiv-Gelin. Ich glaube nicht, dass das hilft. Funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Was können wir denn damit machen? Was machen wir jetzt mit dem Waffendepot? Müssen wir mal nachgucken. Pinguins Waffendepot benutze den Unterbrecher, um Pinguins Waffendepot zu zerstören. Ach, den Unterbrecher. Okay, der muss sich erst wieder aufladen, oder? So, jetzt. Zack. Jawohl. 15.000 Erfahrungspunkte gibt das? Wow. Das lohnt sich. Neue Online-Belohnung. Koppelpot-Tasche. Besuche Pinguins, Schwarzmarkt oder Belohnung zu erhalten. Einer weniger. Fünf noch. Ich fasse es nicht, dass es Kops gibt, die zulassen, dass es diese Aufrüstung auf die Straße schafft. Beweismittel abzwacken ist schlimm genug. Über Waffen verkaufen? Die vom Swat sollten eigentlich die Guten sein. Sollten. Siehst du, dass es nicht sind? Hey, ihr da hinten wolltet ihr eure Freunde nicht unterstützen hier? Ah, jetzt kommen sie. Hey, hey, hey. Jetzt, da. Kommt doch. Der Nächste schon wieder. Jawohl. Und Klatsch. Und klatschen muss es. Klatschen muss es. Ach, der meint ist kalt. Der hat eine Mütze an. Jaja, es wird weihnachtlich. Wen von euch kotzt das Wetter jetzt eigentlich schon wieder an? Also ich finde es schon wieder sehr kalt. Ist nicht so meins. Aber kann man ja nichts machen. So, baff. Und das gleiche nächste Netzwerkrelais. Genau, zack. Hätten wir das auch gleich erledigt. Stimmt, das war ja direkt daneben. So, dann geht es weiter zu diesem Netzwerkrelais. Na? Wegmarke gesetzt. Und ab nach oben mit uns. Sollte ja auch nicht ewig weit entfernt sein. Hier unten müsste es gleich sein. Wow. Oh, dann machen wir gleich mal einen Sturz. So, Kinderdarm sehen wir auch schon das Relais. Wow. Oh Gott, da hat sich Batman hier aber eine ziemlich große Schlacht eingelassen. Ah, das wird... Das könnte schwer werden. Wow. Hau ab. Das ist ein Alter. Na. Dudel ist auch los. Woher muss man echt auf der Hut sein? Wie ist sonst was? Boah, guck, sonst klatschen die einen voll weg hier. So. Hier haben wir den mal ausgewichen. Na, du lässt uns aber auch in Frieden. Ach, schade. Wir haben kurz vor dem Free Flow wieder gewesen. Das wäre natürlich hier... ...gar nicht mal so verkehrt, wie ich finde. Aber können wir auch nichts machen, wenn es nicht geklappt hat. Oh, jetzt sind wir im Free Flow. Aber haben wir ihn wieder verlassen. Wow. Aber wir stellen uns gar nicht mal so regel hier an, wie ich finde. Na klar. Da kam wieder einer. Und der auch. Oh, da wieder einer. Ach, so langsam wird es hier ein bisschen dünn für uns, wenn wir nicht aufpassen. Wow. Wow. Hey, Batman. Ach, das... Ja, ja, ja. Das war es jetzt. Meine Güte, wir waren gar nicht so schlecht. Dann fällt er beim ersten Hauch einfach um. Was für ein enttäuschendes Ende. Aua. Naja, der hatte für mich schon irgendwie die Joker-Stimme. Der ist bestimmt versteckt. Black Mask. Gelingen in den Gotham Merchants Bank. In die Gotham Merchants Bank. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Alles kein Problem. So, hier sind wir verreckt, oder? Wo sind wir denn hier jetzt wieder? Ach, da unten ist das Relais. Natürlich. Und da unten sind auch die Gangster wieder. Die prügeln sich mit diesem Freak. Aber vorhin waren es mehr. Das fand ich ein bisschen cooler. Wieso sind es jetzt so wenig? Ich will mehr haben. Mehr. Es ist wahrscheinlich immer Zufall, was für große Gegnergruppen sich hier ansiedeln. Da hatten wir vorhin eine große Bedrohung. Und jetzt ist sie eben kleiner. Kann man sich nicht aussuchen. Leider. Es wird nicht immer die gleiche Gegnergruppe sein, nehme ich an. Ach, schade. Jetzt hat er unsere Kombo durchbrochen. Also eine richtig geile Kombo fände ich mal klasse. So über 30 oder 40 gar. Das wär's doch mal. Ah, das sind alles Wunschvorstellungen von mir. So, das Ding da. Weg. Jawohl. Na, wenigstens Klasse B. Das ist doch auch was. So, dann hätten wir nur noch ein Relais hier hinten. Und das wäre da. Am Rande dieses Bezirks. Na, das kriegen wir doch auch schnell hin. Jawohl. Guck mal. Nicht sein. Das dachte ich auch. Vertrau mir. Alle sagen, da ist nichts Haus an. Außer dem Teil, wo die Männer vom Pinguin Waffen verschenken. Baf. Zack. Den einen kann man wohl sogar verhören. Wer hat einen an der Waffe? Das ist noch nicht vorbei. Boah. Hat der wieder unsere Kombo durchbrochen? Ich glaub's ja nicht. Der wollte nicht wohnen. Ach. Worauf wartet ihr noch? Hau ab. Was abhauen? Boah. Das bezweifle ich ja, mein Freund. Moment. So. Wer ist jetzt noch? Nur du? Nur du? Dann bekommst du unser Knie zu spüren. So. Alles klar. Da haben wir das letzte Relais. Poff. 10 von 10 zerstört. Abgeschaltet. Da ist eine Waintec-Verbesserung freigeschaltet. Wow. Stufenanstieg haben wir auch erreicht. Sehr schön meldet er sich jetzt hier gar nicht bei uns. Relais-Netzwerk. Da. 15.000 Belohnungen. Jawohl. Muss doch irgendeine Belohnung geben. Finde ich. Na gut. Das können wir jetzt hier. Oh. Erhöhte-Bettering-Betäubungsdauer. Hier können wir auch einiges. Ah. Fernlingkrall. Eine hochentwickelte Projekt. Neu. Was ist das? Unterbrecher. Das haben wir schon. Ach. Hier. Das können wir zum Beispiel. Unterbrecher. Lautsprecher-Unterbrechung. Was ist denn Unterbrecher? Was ist das? Seil ausschalten. Na. Auch nicht schlecht. Ja. Machen wir mal das. So. Hätten wir wieder was investiert hier. Gut. Und wo müssen wir jetzt hin? Zur Gotham Bank wollte der ja. Wo ist denn die Sehenswürdigkeit? Geht den Ursprung von Enigmas Übertragungen nach? Ach. Das ist hier. Oder was? Da markieren wir uns das mal. Schauen wir uns mal den Ursprung der Übertragungen an. Vielleicht finden wir da auch noch was Interessantes. Oh da. Sturzflug. Auf die drauf. Wow. Was ist denn jetzt los? Bug. 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 Fehler. Fehler. Guckt euch das mal an. Batman. Was war das denn? Was war das denn? Ah da. Verbrecher. Ah. Wieder der LKW-Verbrecher. Den hatten wir doch vorhin schon. Aber wieder mit dem Fettsack. Wow. Jetzt schalten wir den. Oh. Kommt schon. Und ja. Der ist jetzt komplett ausgeschalten. Sehr geil. Da hätten wir erstmal Ruhe vor dem. Aber der hat uns ja vorhin schon genervt. So. Seid nur noch ihr zwei hier. Oder noch mehr. Ja. Nur ein paar. Nur ein paar. Verbrechen im Gang abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben uns in dir geirrt. Das wusste ich. Ja. Das wusstest du. Schön, dass du sowas du bist. Dann erzählst du es auch allen anderen. So. Bedrohung war hoch. Okay. Wo haben wir jetzt die Sehenswürdigkeit? Ach. Die ist ja noch markiert. Gut. Dann können wir weiter fortfahren. Was ist das hier? Was ist das? Was soll das darstellen? The key to adventure. Go. Oh. Da stehen auch welche. Auf. Gibt es nichts rumzumeckern. Baff. Eines erledigt. Wow. Ha. So. Baff. Na komm schon. Na. So. Missionszimmer erreicht. Wir enden mal das Hauptquartier. Aha. Zack. Ah. Das war doch auch mal ein lustiger Kampf. Gesamt 2000. Bedrohung niedrig. So. Und das ist die... Ne. Das ist nicht die Kommandozentrale. Wir enden mal das Hauptquartier. Oder wo? Wo ist der jetzt hier? Wo soll der sein? Checkt ihr das? Hier ist doch nichts. Sehenswürdigkeit erreicht. Hm. Gehen wir mal da hoch. Also ich seh hier... Kein Enigma. Schade aber auch. Hier soll der sein? Wo denn? Hier ist doch nix. Oder ist hier was? Da unten ist ein Garagentor. Das vielleicht. Sonst hat man hier doch gar nix. Also hier gibt's nix. Das ist ja bloß das Tor für die... Das ist ja bloß das Tor für die Straße. Und hier hat man auch nix besonderes. Okay, hier könnte es runtergehen. Das kann er nicht aufmachen. Schlecht Batman, schlecht. Ja, sonst ist hier doch nix. Ah. Naja, vielleicht muss man da irgendwie von der anderen Seite kommen. Oder sonst was. Keine Ahnung. Das ist ja auch ein Bereich, der noch total ausgegraut ist. Da kommen wir wahrscheinlich noch gar nicht rein. So, wo ist denn jetzt hier die Bank eigentlich? Ähm. Ich habe drei... Anarchy. ER-Gleitübergang. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir langen in die Gotham Merchants Bank. Da hoch müssen wir. Na gut, wir könnten uns aber auch erstmal... Zum Beispiel in diesen Funkturm begeben. Wegmarkierung gesetzt. Wir könnten auch langsam da nach oben gehen, Richtung Merchants Gotham. In Gotham Bank. Und in dieser Zwischenzeit, wo wir da nach oben gelangen, tun wir Gebiete aktivieren. Beziehungsweise auch in diesen Gebieten die Netzwerkrelais zu zerstören. Und natürlich auch noch die Pinguin-Waffenlieferungen da zerstören. So, hier ist wieder der Tower. Mal schauen, ob wir hier einfach so reinkommen. So, hier ist der Funkturm. Hier muss es doch irgendwas zum Ausschalten geben. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Ja, das glaubst du aber auch bist du. Guck mal, da oben ist ein Relais von dir. Boff, gleich zerstört. Die Scheiße. So, wo geht es jetzt hier weiter? Da unten wahrscheinlich, oder? Ah, da sind doch die Rowdies. Dann geht es bestimmt auch da rein. Boff. Hallo. Batman hier. Ganz einfach zu sehen, oder nicht? Ich dachte nicht, dass das so schwer zu erkennen ist hier. Ja, wir sind ja verkleidet, ne? Da erkennt man ja nicht, dass das Batman unten drunter ist. So. Zack und baff. Abermals, hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende. Ja, ja. So siehst du mir schon aus. Hier ist der... Äh, die Tür. Ja. Eingang. Ah. Wir hatten unseren Spaß. Aber dieses Unterfangen wird langweilig. Finde ich nicht. Ah. Initialisieren. Verbinden. Bad Computer nicht verfügbar. Bad Computer nicht verfügbar. Warum nicht? Ist ja irgendwo ein Störsignal. Ne, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Moment. Kann man den Unterbrecher hier irgendwo einsetzen? Wahrscheinlich hat er hier irgendwo was. Aber wo? Muss hier doch irgendwo... ...ein Unterbrecher-Signal haben. Was uns daran hindert... ...hat uns daran hindert... ...hat das Ding zu hacken. Da ist nix. Können wir nicht die ganzen Türme freie Schnauze aufmachen? Störsignal. Das ist ziemlich hoch. Detektivsicht ist auch gestört hier. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Ist doch noch hier. Ich würde mich nicht...